ja warum passiert hier gerade nichts auf dem kanal das kann ich euch sagen also das ist mein erstes problem mal davon ab dass ihr die qualität des videos schon seht das ist mein zweites problem meine kamera ist im eimer ja und ansonsten kollekte ich hier fleißig flüssig ich habe hier nämlich zum beispiel mit den kleinen neu geholt ich finde den echt schick und out of the box schon wirklich scharf ja und dann habe ich mir das große baby die nummer 7 von stanley das wird dann hoffentlich als bald meine holzversion ablösen ja und das ist noch so eine kleine kollektion einmal den hier ich denke mal der ist für für daftels schwänze ich weiß das nicht genau naja und dann meine nummer vierer dann habe ich auf dem flohmarkt hier so ein echt coolen klemmmechanismus für meine weltbank gekriegt so für 15 euro ja ein paar neue klemmen habe ich mir geholt hier und da mal ein bisschen was erweitert ja was soll ich dazu sagen also das größte problem warum es hier gerade nichts gibt den seht ihr da irgendwie will er gerade nicht mal gucken betriebssystem wollte nicht mehr und viel immer mehr aus ich gehe mal davon aus dass die kleine platte hier wir haben ja nur eine notebook festplatte hier drin dass die mittlerweile auf gibt und wie gesagt ich bin dabei mir ein neues telefon zu kaufen das ding ist durch einmal zu viel runter gefallen ja und dann wird es auch irgendwann hoffentlich neue filmchen auf youtube geben so viel zu meinem kleinen ja gespräch heute ich würde schon noch viel spaß